Liebe Videofreunde, bevor Sie sich das Videoprogramm Ihrer Wahl anschauen, bitten wir Sie einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit. Wie Kinofilme werden auch Videoprogramme von der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, FSK, daraufhin geprüft, für welches Alter sie geeignet sind. Bei diesen Programmen finden Sie die Altersfreigaben sowohl auf den Kassettenboxen als auch auf den Kassetten selbst. Im Interesse Ihrer Kinder bitten wir Sie, Folgendes zu beachten. Schauen Sie sich mit Ihren Kindern nur Programme an, die auch für Ihr Alter freigegeben sind. Achten Sie darauf, dass sich Ihre Kinder und deren Freunde auch in Ihrer Abwesenheit nur die Programme anschauen, die für Ihr Alter geeignet und entsprechend gekennzeichnet sind. Sprechen Sie mit Ihren Kindern über Altersfreigaben und bitten Sie insbesondere ältere Geschwister mit darauf zu achten, dass sie sich keine Programme gemeinsam anschauen, die für jüngere Familienmitglieder oder auch Freunde nicht geeignet sind. Weitere Informationen zum Thema Video- und Jugendschutz erhalten Sie bei Ihrem Videofachhändler oder beim Bundesverband Video Katharinenstraße 11, 2000 Hamburg 11. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Mithilfe und wünschen Ihnen nun gute Unterhaltung mit dem Videoprogramm Ihrer Wahl. Willkommen zu einer neuen Runde The Brokehaven Experiment. Ja, meine Lieben, und heute gibt's den Abflusskanal. Der Abflusskanal steht bei uns heute auf dem Plan. Den schauen wir uns heute mal an hier. Ein neuer Level, der sich hier aufgetan hat bei The Brokehaven Experiment. Ich freue mich ganz doll, dass Ihr wieder dabei seid. Versuche mich auch nicht ganz so doll mit der Brille hin und her zu bewegen. Ich muss mich natürlich ein bisschen umschauen hier, aber ich versuche das im Zaum zu halten, dass es auch noch angenehm ist beim Zuschauen. Ich freue mich ganz doll auch über die ganzen Likes und Eure Comments. Ganz lieben Dank für diejenigen, die da so fleißig waren. Okay, wollen wir auch nicht mehr lange hin und her schnacken, Kopf in den Nacken und los geht's hier. So, ich glaube, ich muss ja mal eben... Ach nee, das... Weih, das sieht ja cool aus. Nicht schlecht, den kannte ich noch gar nicht hier. Schießen, um loszulegen. Nicht schlecht. Hier schauen wir uns doch schon mal ein bisschen um hier. Wow, den kannte ich ja noch gar nicht, den Abflusskanal. Da ist er. Nicht schlecht. Ja, letztes Mal ist mir ja die Munition ausgegangen und da, äh, ja. Da muss man sehr sparsam mit sein. Schießen, um loszulegen. Okay. Ähm, ich sollte... Niedrige... Ich muss unbedingt ein bisschen mehr Munition haben, ja. Verteidiger... Verteidiger... Niedrige... Das kann ich alles noch nicht nehmen, ja. Ähm, ähm, ähm... Tja, da ist mir nichts anderes übrig. Kann ich noch irgendwelche... Welle 1. Los geht's. Mein lieber Schwan. Ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Auf geht's. So, den sollte ich ja eigentlich noch... Boah, der liegt noch. Aber man muss sie relativ oft treffen. Jo. Schönen Headshot. Da kommt auch schon wieder einer. Man muss sich wieder Platz verschaffen hier. Oh. 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 Okay, 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 okay. Jetzt komme ich langsam mit Panik hier. Oh. Oh. Sorry, Leute. Es geht nicht anders. Ich muss mich nicht mehr sehen. Die kommen von überall. Da kommt schon wieder einer. Alright, alright, alright. Yes. Sehr schön. Erste Welle haben wir überlegt. Wir sollten dann noch langsam mal ein paar mehr Points liegen, dass wir vielleicht dann auch mal die Sachen ein bisschen aufrüsten können. Gesamtbonus. Jo. Da können wir schon mal was mit anfangen. So, kaufen. Jetzt können wir hier mal ein bisschen... Oh, endlich. Nice. Wir können hier endlich mal aufrüsten. Und zwar hier die Maschinenpistole. Da bin ich ein sehr großer Freund von, von Maschinenpistolen. Im echten Leben natürlich nicht. Kaufen. Die kaufen wir. So. So. Die können wir auch kaufen. Jo. Ich glaube, das langt erstmal. Ne. Nicht schlecht gewesen. Und jetzt haben wir die Maschinenpistole hier tatsächlich am Start. Wie geil ist das denn? Jo. Cool. Auf, hier geht's. So. Da. Mal gucken. Ich muss ihn ein bisschen rankommen lassen. Jo. Nice. Ja, jetzt macht das auch Spaß mit der vernünftigen Puste hier. Oh, komm her, hier. Schön. Das klappt ja schon deutlich besser. Na. Okay. Sehr nice. Ich hab noch 15 Schuss. Vielleicht. Okay, okay, okay. Bis jetzt sieht das nicht schlecht aus. Oh, die springt aber auch extrem gut an, muss ich sagen. Oh. Sehr schön. Und die haben wieder ordentlich Bonus gekriegt. Jo. Jetzt haben wir wieder die einfache Waffe. Wir nehmen natürlich wieder die Maschinenpistole. Waffe. Die nehmen wir auf jeden Fall wieder. Die war richtig cool. Aktuelle OP. Okay. Haben wir noch. Kaufen. Wir können noch, äh, eine Mündungsbremse. Die nehmen wir auch mal ruhig. Checken wir mal aus. Okay. Welle 3 sind wir jetzt schon. Sehr cool. So. Mal schauen. Das mit dem... Oh, ist das cool. Boah, ist das richtig geil. Die hat ja richtig Dampf. Mit der Mündungsbremse jetzt. Sehr geil, sehr geil. Oh, 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 oh. Sehr cool. Und eine Trophäe haben wir auch. Jetzt läuft es langsam hier. Oh, 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 oh. Oh, shoot, shoot. Ich hab keinen. Oh, shit. Krass. Da kam sie von allen Seiten diesmal. Ja. Ja, das war die Runde zum Tunnel hier, zum Abflusskanal. Meine Lieben, wir sahen hier noch ein paar Punkte ab. Sieht richtig gut aus. Gesamtpunktzahl 5.900. Na ja, gut, das ist in Ordnung. Alles klar, meine Lieben. Ich bedanke mich ganz herzlich mal wieder bei euch fürs Zuschauen. Und wenn ihr Bock auf mehr habt, dann lasst ordentlich Daumen da und vielleicht auch mal einen netten Komment. Haut rein. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis dann. Tschüss.